hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge 7 days gestorben so ich weiß jetzt gar nicht genau was ich machen wollte schrotflinten machen auf jeden fall weil hier ist nämlich munition genau ich habe angefangen anzufangen ja und ich brauche mess wir brauchen ich habe mir eben gerade mal den nagelschussler schon geholt hier ja genau hier mal schrot den nagelschussler denn ich wollte vorne unten noch aus stahl machen die gitter und vorzugsweise eine möglichkeit dass wir daran kommen die zombies aber nicht zum befüllen wenn ich jetzt ich habe ja jetzt hier messing eingegeben und hier steht 619 ja ist das das was wir jetzt in der box haben oder kann ich das ist das was hier eingeschmolzen war noch mal was dass das was hier eingeschmolzen ist in der schmiede darf ich da einmal rein damit ich sehe was du meinst messing haben wir hier drin ja 619 sind eingeschmolzen kann ich für die hülsen nehmen denn ja ok wir sehen so schlecht aus mit messing ja wenn der heizkörper abbaust beispielsweise und wir haben hier unten noch 202 messing ja heizkörper hatte ich nicht ein hier mitgenommen war der im auto weil dann habe ich den vielleicht schon eingeschmolzen und ab geht die party jetzt wird's bild die stand schon vorne am gitter die die war schon hier vorne jasmin dann kommt mal her schätzt sie es warum schießt du so viel die habe ich gar nicht gesehen ich hatte lust den blutwünstigen raushinken lassen muss mich ja immer beeilen ich kann hier gar nicht groß auf den kopf ziehen sonst näxte mir die weg das war schon wieso kommt denn da so ne musik mann war das actionreich jasmin mann 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 da wäre uns aber fast die düse gegangen ne ja so wie viel stahl brauche ich denn reicht nicht reicht nicht sagt er das ist aber expensive ja und wir brauchen halt ähm fett ne ich hab mein stahl zermöbelt ähm ich guck mal eben ob hier am hafen noch heizkörper drin sind denn würde ich die gegebenenfalls ausbauen schonmal gegebenenfalls okay das waren reparaturkits äh da müsste ich noch mal welche mitnehmen und dann würde ich ach ja so hat jeder gesehen äh und dann würde ich die mission gegenüber am see mal also ich würde gerne mal testen ob ich die annehmen kann weil die wird mir ja angezeigt was für ein see ach so ja ne ich weiß auch nicht ja es sei mir verziehen niemals auf ewig wirst du dafür in der hölle sport jasmin ja wiedersehen jetzt ohne mich putzen mit ja was soll ich denn hier alleine die putzen was was hast du grad putzen gesagt oh warte ich äh komm gleich wieder hä hä wieso ist denn ein reparaturkit weniger als beim hä hä ja wieso hat der mir jetzt ein reparaturkit minus gezeigt hast du was repariert nö versehentlich äh hier ist nö hier war ja auch nix weg eben das ist ja skurril jasmin mal beim cdf anrufen aktenzeichen ich bin auch nirgends so rauf gekommen äh komisch alles drin jetzt alles drin äh äh komisch das verstehe ich ja jetzt grad nisch so dann gucken wir erstmal hier ja nach messing ja ja ich glaub hier ist wieder ne ey was denn ich will kurz machen man das hast du ja toll lautlos hingekriegt ja 1807 punkte naja es wird keiner mitgekriegt haben wenn du hier schleichtst hören die dich erst nicht ich will ja dass die mich hören warum warum sollte ich schleichen damit die uns nicht mitbekommen jasmin warum äh weil das gefährlich ist warum ich bin in dem moment aufgestanden wir haben ja nacht ne nein 4 uhr ja sozusagen nacht ach ja so der ist leer ist ja alles leer warst du hier erst ja guck mal was wir hier aus der tassen kriegen eisen nice nee die da bluder nee ist ja keins so so der tag ist angebrochen jasmin die zombies sind jetzt wieder müde 4 uhr morgens 4 uhr morgens jetzt sind die alle träge hier ohne kaffee gut das war ja leicht die hat echt alles durchforstet hier ne naja naja sagt sie wo ich sehe nischt hier oben das ist spitzhacken klaus mein kumpel eigentlich wieder hier in der ecke naja wo hab ich den denn immer gehabt spitzhacken klaus im gammelkoch bob hey mein kumpel ist nicht mehr da ja dann lass mal zum nächsten haus düsen den mach ich auch immer ja halt schaden so warte mal wenn wir jetzt einmal auf einer karte inspizieren würden wo wir ich habe eine idee wo wir ich habe eine idee genau coole setze ganz geil naja ich muss auch säubern im randgebiet aber geil so pass auf wir machen jetzt einmal die quest von mir ist auf dem weg zu dir voll kompliziert ach das war aber umständlich dann würde ich nämlich sagen wir säubern einmal gegenüber den hafen da diese kleine boatshütte das scheint wohl eine quest von mir zu sein ich habe nicht mitgekriegt dass ich die angenommen habe aber ok und wenn wir das erledigt haben hier hätten wir jetzt auch noch einen und und was wo hä da hinten ach da oh gott hab ich gar nicht gesehen hast du ein jagdmesser mhm abschli ok ich durchforste so lange den müll ja Messing so war mal fett Holz Blei und Eisenrohr und Bones so einmal den Tachchen nutzen Wolltest du jetzt noch da rein? ne achso naja gut hätten wir auch machen können aber naja gut du hast ja scheinbar besseres vor rückwürf jetzt jetzt sitzt Timmy am Steuer äää äää Timmy So, Johnny, wo wollen wir hin? Zu Bootshütten? Hala ist in der Magen geflautert, als wir hier den Berg runtergejumpt sind. Wird's neblig. Ich hab keinen Nebel. Was ist denn Nebel? War eben zu Hause. Wär's mir schon wieder zu bescheuert hier. Ich wollte nur eine Straße parken. So, einmal durchforsten und dann... Das hat sich schon gelohnt. Irgendwie geht meine schief. Geschossspitzen. Halt das Gefühl. Dass du einen schiefen Gang hast? Ja. Bist du umgeknickt oder so? Nein, alles cool. Ja. Irgendwie waren die auch mal schwer. Also sie ist immer noch sehr kräftig gebaut, aber... Ihr wisst, was ich meine. Nein. Iiiiih, sie krabbelt! Nein! Ich mag das nicht. Jetons, Bauplan, Papier, Kohle, coole Sachen. So, was? Ötlandschätze, Banzette, cool. Geil! Oh, Jasmin, das lohnt sich. Ich hab ein Glas Honig und eine 6er selbstgebaute Schrotflinte. Leider nur die selbstgebaute, aber immerhin. So. Heizkörper haben wir hier nicht mehr? Ja, ich hab gebaut gerade. Sehr schön, das machen wir gleich nochmal. Ich muss nur einmal meine Taschen entleeren. Ich bin möglicherweise voll. Oh ja, ich hab auch schon ein bisschen was drin. Hm. Naja. Kann jetzt eine Weile dauern. Wenn du so langsam bist, kann ich schon eine Tür... Oh, ich hab schon wieder die Hülsen und das alles mitgenommen. Ich geh so lange wandern, ja? Mit meinem neuen Hund, Harry. Komm, Harry. Komm her, komm. Ja, weini. Du musst mal richtig zielen, ey. Das war ein Zombie-Hund, Jasmin. Ja, du machst das schon. Also, das war ein... Das war ein normaler Hund, ne? Ja. Aber der hat orangene Augen gehabt. Na und? Er hat viel ausgehalten. Oh. So. Ich wäre bereit für deine Aufgabe hier. Ja, ich muss nur noch kurz meine Tasche leeren. So. Okay, ich bin soweit, Jasmin. Bist du soweit? Bist du bereit? Ja. Bist du wirklich bereit, Jasmin? Es geht jetzt los. Ich geh jetzt ins Auto. Okay. Achso, Big Bags. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir die mitnehmen, ne? Na doch. Na, weil wir ja deine Mischung noch machen und wer weiß, was wir noch alles an Loot binden. Das war ein Doppelt. Na, okay. Die nächsten sind drin, ne? Da liegt er vor mir. Hängt ihr... Ist das ihr Auge, was raushängt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Iiii, Jasmin, guck mal. Ihr hängt das Auge raus. Ja, geil. Iiii. Kann man das gleich auch abbauen? Habe ich ja... Ist mir noch nie. Auch bei den Flammfilz schneiden und so ist mir das nie aufgefallen. Irgendwer oben oder so? Hm. So, erstmal alles durchgucken. Was baust du da eigentlich ab? Weiß ich nicht. Okay. Okay. Was ist das eigentlich mit... Oh, wow. Oh, wow. Oh, geil. Geil. Mhm, 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 mhm. Mhm. Oh. So, ich nehme mal einen Heizkörper mit. Mhm. Oh, ich habe mal einen Heizkörper mitgenommen. Hier steht aber noch nicht, äh... Zurück zum Händler. Rede mit dem Händler habe ich mir nicht getan. Ja, dann musst du oben noch hin oder so. Dann muss hier irgendwo noch einer sein. Oder auf dem Boden. Äh, bei mir steht ja zurück zum Händler. Ach so. Na, dann bist du ja fertig. Ja, ja. Ich habe hier mal einen Katamaran draus gemacht, ne? Schön offen. Ohne Segel. Ohne Segel. So, schönes Ding, schönes Ding. Was kriegen wir da noch? Oh, Gasgrill. Zwei Kohle. Wichtig. Ich bin schon wieder überladen. Er auch. Wieso bin ich überhaupt verladen? Hatte ich das nicht mit Mods, äh... Ach so, mir geht gar nicht. So, einmal Auto leer machen. Beim Händler. Und dann fahren wir weiter zu deiner Mission. Uh-huh. Bleh. 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 Okay, ich darf ran, ja. So, das, das, äh. Und da, wie machen wir denn das beim Auto? Hä? Ich hab ne Mod fürs Auto, muss ich das in die Tasche nehmen dafür und dennoch verändern? Ah, hier, nee, nee, ich hab's, ich hab's. Da oben kann man bestimmt auch noch was cooles finden. Wir haben jetzt neue Scheinwerfer. Boah, die machen aber Licht. So, dann fahren wir einmal zu Joel, geben kurz meine Mission ab und dann fahren wir zu Deins. Hat der schon auf überhaupt? Mh, der müsste 6 Uhr. Sonst fahren wir weiter. Ja, ist offen. So. Ja, parkt auch gleich in den... Also. Ey, der ist auch so ein Horst, ey. Der Joel? Ja, ich find, der ist auch ein bisschen skurril, ne? Also, muss nicht... Ich muss den nicht haben. Ach, ich hab gar nichts zu verkaufen. Ich hab ja jetzt nix mitgenommen. Der schien mir eine weise Entscheidung zu sein, Jadmin. Mh, egal. Ich hab ja nicht mal Geld hier. Was will ich denn hier bei dem? Äh, was kann ich denn noch? Was können wir denn noch? Äh, tut, 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 tut. Mehr möchte ich erst mal nicht verkaufen. Jasmin! Jasmin, ich bin jetzt bei Joel. Wo bist du denn, Jasmin? So, pass auf, weil ich gern dein Inventar sehen. Ich denke nicht, mein Freund. Achso, warte, warte, warte. So, händel... Ich denke nicht, mein Freund. Hättel, 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 hättel. Äh... Äh... Auf, komm. Beseitige Zombies abholen, beseitige Zombies abholen oder abholen. Was würdest du sagen? Äh, Zombies. Dann nehme ich auch was in der Nähe. Oh, ja. So. Säubere das Gebiet. Ich muss nach da. Nach wo? Kannst du, wo deine Mission ist, mal einen Wegpunkt auf der Karte machen? Wie weiß ich doch nicht, wie das geht. Rechtsklick mit, äh, gehst du auf M? Dann rechtsklick mit der Maus da, wo das ist, mit deiner Mission. Woher soll ich das wissen? Das zeigt er mir doch nicht. Und da ist doch ein Ausrufezeichen. Nein. Okay, kein Ausrufezeichen. Okay. Ach, das ist ja wieder die Mine, ne? Wo ich jetzt mal den nächsten Mission hab. Kann das sein? Ey, wie soll ich... Warum sieht man das bei mir nicht? Keine Ahnung. Steig mal ein, wir fahren hin. Ne. Du fährst wieder einen Umweg, ey. Du musst nur sagen, wo ich lang muss. Vorsicht, da sind Steine. Stückchen rechts. Das sind doch keine Steine. Geradeaus jetzt erstmal. Wollen wir denn noch kurz meine Mission machen, die hier auf dem Berg ist? Ich komm hier noch zu meiner Mission, ey. Nein, 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 nein einstecken können. Und was ist, wenn das nicht mehr bei mir reinpasst alles? Das passt bei dir rein. Aber Glück, ey. Du, weißt du. Hä? Ey, dem Erdbeerfeld, ey. Ah, warte. Uno, Momento. So. Ist doch... Ach komm, Jasmin, sei doch still. Das kann dem Besten passieren. Nee, nee, nee. Das hat man ja wohl gesehen, ey. Ja, hast doch gesehen, dass das dem Besten passieren kann. Hä? Ich meine, ist mir passiert. Aha. So. Und? Kann man damit eigentlich... Ey, Jasmin! Jetzt mach... Was denn? Ja, ich will meine Dingsereinsachen packen. Hä? Ich bin doch schon lange fertig. Ja, schließ doch mal auf. Ach so. Das vergesse ich jedes Mal. Lass meinen Schnee, weil das ist meiner. Den hab ich gesammelt. Du bist nicht lustig. Null. Ich bin humorvoll, Jasmin. Never. Merk dir das, wenn ich das sage. Ja? Kannst du mir doch vertrauen. Das ist doch lange, nee. Ja, genau. Gerade dir vor allem. Was soll das jetzt heißen? Wo muss ich denn jetzt hier? Wo ist denn deine Quest? In der Höhle. In? Ja. Und du bist natürlich schon losgelaufen? Und kommst du jetzt wieder, weil du Angst hast? Oder? Nein, ich warte auf dich. Ich bitte dich. Gut gemacht. Gibt's mega viele Pilze, ey. Ja, das sieht aus wie in meiner Unterhose. Riecht hier auch so. Muffig. Stickig. Feucht. Fischig. Fischig? Fischig. Oh mein. Hör doch hier irgendwo was laufen. Ich hätte jetzt noch einen richtig coolen Spruch droppen müssen. Afflixt. Bleib hier. Ups. Mir ist gerade kein cooler Spruch eingefallen. Hat man das gemerkt? Nee, ne? War trotzdem ziemlich cool, oder? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Alles gut. Ich finde das immer geil, wenn die so... da irgendwo gegenlaufen. Ach, da. Herrlich. Nicht erst abbauen. Habe ich zu spät gesehen. Hori, Alter. Schrei mir nicht so an. Ich hab nur eben gedacht, hä, ist das nicht so eine Kiste? Was ist das denn hier? Automatische Waffenband 1. Hab ich noch gar nicht gelernt gehabt. Oh Gott, 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 ich hab gedacht, ich pack's nicht, aber ich hab's gepackt. So, so, auf zu deiner Mission. So, haben wir hier noch Heizkörper? Nee. Dass die Höhe einstürzt. Das sag ich mir verlauben. So, warte mal, wo muss ich jetzt hier lang? Hier oben. Das war draußen. Jasmin. Und Johnny? Siehst du irgendwas? Hm. Es sind doch ein paar mehr. Wo denn? Äh, Rückseite des Hügels. Das ist einmal Mrs. Dortfire. Tine Wittler. Und, äh, die andere ist schon tot. Oh, nee, da ist noch ihr Zwilling. Jennifer Lawrence. Das kann nicht sein, dass ich die dickste davon nicht treffe. Oh, nee, wenn sie treffe, die nicht. Ist so frech. Oh, ich hab keine, ich hab keine Pfeile mehr. Hat einer mal Pfeile für mich? Danke. Danke. Sehr gnädig. Danke, gnädigste. Oh, das ist aber liebevoll. Ich hab keine Vitamine mit Fug. Vitamine? Vitamine. Äh, guck mal im Kofferraum. Nee, will ich jetzt nicht. Können wir jetzt mal eine Mission machen? Ja, lass zum Auto. Wir fahren der Sonne entgegen, Jasmin. Du und ich. Ich werd jetzt nicht wieder ins Loch fahren. Ach, komm. Du kennst mich. Ja. Au. Oh. Dann hätt ich gelacht, wenn du außersehen, äh... Trotzdem reingefahren hättest. Ja, statt vorwärts doch... Äh, statt rückwärts doch vorwärts gedrückt hättest. So gefettfingert. Hier sind wir richtig, ne? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Da kommt ein Augenschmaus. Hier ist die Tat im Boden. Das wollen wir uns nicht holen. Oh, da hinten ist auch irgendwas. I feel good. Nee, 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 nee. Äh. Willst du den Baum stammen, nö, ne? Ja. Ja, warum? Nö. Wenn da Honig drin ist? Ja, ich dachte, du willst unbedingt zu deiner Mission, weil du mich angeschrien hast. Ha, Honig. Siehste? Das ist ja interessant. Also, wer hätte damit gerechnet? Wieso fährt er jetzt rückwärts weg? Weil ich mir ein Glas Honig geholt hab. Oh, hier war ein Stein. Ist aber gut getarnt. Und natürlich ein Lebensraum. Hä? Wo ist denn jetzt mein Kanickel? Äh, meinst du das Huhn? Nee, da. Bei dir ist mir zu schlecht Wetter. Ich fahr mal rüber ins Grüne. Ah, herrlicher Sonnenschein. Und hier müssen wir immer noch geradeaus, oder? Ja, und ich krieg links. Willst du mit? Äh, Honig? Ah. Honig? Ich hab keinen Honig gekriegt. Und du? Ja, Honig. Ist ja kacke. Was für eine scheiß Gegend hier, wenn es nie mal Honig gibt. Wo sind die Bies? Noch ein bisschen Kohle. Äh, müsste ich doch eigentlich... Ja, klar. Können wir mal... ...aufstocken. Äh, läuft? Äh, läuft? Läufst du jetzt querfeldein? Ja. Ist das noch weit? 900 Meter. Ich fahr mit dem Auto einmal rum, ne? Jo. Voll viele Vogelnester hier. Ich möchte nicht durch die Trittminen da unbedingt durchfahren. Das jetzt hab ich noch keine gesehen. Diese Topfminen. Typisch Hausfrauen, wa? Oh, Alter, das alte Essen hingestellt. Das Gerd, wenn du dagegen kommst, knallt's. Was denn jetzt? Ah. Nö. Schießt du gerade? Oh, danke schön. Sehr lieb. Oh, Nitrat ist ja auch noch. Das scheint zu dicht dran zu sein. Alter, wie weit weg ist denn deine Mission? Oh, nicht. Schön. Ja, ja, nix zu danken. Ich mach das gern mit den Punkten. Toller Freund. Noch mal Nitrat hier. Nicht mehr mitgekriegt hat sie das. Nö. Äh. Aha, da freut sich auch nur der Joe. Ach, dieses eklige Geräusch da wieder. Jasmin ist ja eh nicht so schnell unterwegs wie wir. Dann können wir hier auch noch mal reingucken, ne? Ja, weil ich hier die Neste und so... Ne, ist auch gut. Wir brauchen die Nester. Und Nitrat. Das sieht aus wie die erste Bude, die wir uns, äh, schmackhaft machen wollten. Das ist dieselbe Bude, nur halt im Brandgebiet. Oh, und ein Heizkörper. So, was haben wir denn noch Feines? Oh. Der Jäger ist wieder unterwegs. Ja. Er kann seine Schüsse hören auf die wehrlosen Rehe. Jasmin, ich bin nicht allein. Oh, ich auch nicht. Oh, nix. Hallo? Ja, wie immer. Ja, die auch. Komm doch rein auf den Kaffee. Ey. Lass die Veränder in Ruhe. Die hat mein Großvater gebaut. Sieht man an dem Zustand, in dem das Haus ist, ne? Schon ein paar Tage her. So. Hier kommt jetzt keiner mehr rein. Das war's mit meiner Gastfreundschaft. Alter, wie weit ist denn das weg, ey? Äh, vorhin waren's noch 900 Meter. Mhm, mhm, mhm. Hast du grad noch Sound? Ja. Cool, ich nicht. Warum? Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder dieser Soundbug, den ich letztes Mal auch hatte. Ich sollte vielleicht hier die Tür zu holen. Gehen wir das so hin? Oh, nein. Letztes Mal muss ich das Spiel neu starten. Warte mal. Mein Sound ist wieder da. Krasser Typ. So ein Software-Ingenieur. So. Oh, Jasmin, du bist ja schon richtig weit gekommen jetzt, wa? Ich hab' mal Fahrrad genommen. Kann ich grad sagen. Du bist aber fix unterwegs. Ich leih mir hier nochmal ein Haus... äh, Heizkörper? Ein Hauskörper. Hier ist auch noch ein Hauskörper. Hat sich die Hütte doch schon gelohnt, ne? Ich bin da. Du bist doof? Nee, ich bin da. Weiß ich doch, Jasmin. Reden wir nicht drüber. So, ich mach jetzt, ne? Bist du hier? Äh, nein. Ich bin noch ein bisschen weit weg. Ich muss erst mal zu dir fahren. Ich hab grad ein Haus gedootet. Na, dann los, Hoppy. Hoppy galoppy. Bin unterwegs. So, angeblich bist du straight vor mir. Ich fahre jetzt einen leichten Rechtsbogen. Aber danach kommt wieder ein leichter Linksbogen. Oh, dankeschön. Das ist aber lieb, dass du da... Ich muss immer kurz nix. Das ist aber lieb, dass du an mich gedacht hast. Ich hab'n Lootback gehabt. Und ich bin schon wieder... Was ist mit ihm, Alter? Er krabbelt. Was ist denn mit ihm, Alter? Er krabbelt. Dieser Rocker. Bist du in der Stadt? Alter, Blackomio, ey. Was ist mit ihm nicht richtig? Puh. Du Scheiße. Wo bist du denn? In der Stadt. Nein, weiter weg. Heftig. Der war gruselig. Bist du durch die Stadt durchgegangen? Nein, ich bin durch den Wald gefahren. Das ist hier so ein Schrottplatz. Ey, wo kommt denn hier einer? Da, aber wie komm ich denn da hin? So, ups. Ich versuch's einfach mal... Ich hör' dich schon. Ja, ich versuch's mal querfeld ein. Da kommt einer angeschnitten. Oh mein Gott. Der Geländewagen ist absolut nicht fürs Gelände gedacht. Jo, du bist, äh... Ach, da. Ja, moin. Hier führt ja auch keine Straße hin, wa? Blö. So, kann ich machen, ja? Äh, willst du deine Taschen vorher noch leer machen? Ach so, ja. Ich frag' nur für'n Freund. Warum bist du jetzt da hinten hingefahren? Na ja, in Sicherheit parken und so. Hä? Oh, hier haben wir ein bisschen mechanische Komponenten. Oh, die E-Dreht. Oh, die E-Dreht. Oh, die E-Dreht. Oh, die E-Dreht. Geht los? Ja, hab ich mir gedacht. Der Kühlschrank ist wieder aufgeploppt. Ja. Muss hier alles doppelt machen. Oh, ich vertraue dir, Jasmin. Ich bin nicht. Mein Leben liegt in deinen Händen. So, was ist denn hier? So. Müllhaufen, unberührt. Ich hab' hier mal angekloppt. Und... Äh, hier gewinne. Ah ja. Guten Tag, der Herr. Vorsicht, das kann auf die Zehen gehen. Na. Nächster. Nächster. Hehehe. So, ich brauche ja mal einen Kaffee. Mei, oh, mei. Wir sind... Wir sind schießwütig. Und wir haben den Hauptblut. Oh. Warte, ich mach dir die Kiste auf. Okay, guck rein. Hm. War jetzt nicht so dolle. Hm. Es tut mir leid. Wenn du enttäuscht bist. So. Oh. Oh. Der hat einen Arm verloren, Jasmin. Der kriegt nur noch den halben Lohn. Ja. Ja. Der kriegt keinen ganzen Lohn mehr. Der arbeitet ja auch nur noch die Hälfte. Ja. Ich muss einmal zum Auto. Ich muss mir mal ein Reparatur-Kit holen. La, 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 la. So. Ach so. Ach so. Ach so. Na komm, ja. So. Bist du schon oben im Gange? Ja. Mei, oh, mei. Läscht hier aber durch, du. Ja. Keine Zeit hier. Keine Zeit. Keine Zeit, sagt sie. Ja. Und noch Stunden hin bis Mitternacht. Was hat deine Mama gesagt, dann musst du zurück sein? Jetzt. Oh, scheiße. Das schaffe ich nicht. Blöder Vogel, du. Hey. Ich hätte dich ja zurückgebracht, aber ich schaffe das nicht. Das ist zeitlich nicht drinne. Deine Mama wird bestimmt schinkstauer sein. So, meine Mission ist erledigt. Ja, äh, Frage. Musst du? Du hast die Mission ja bei Jenny angenommen, ne? Hä, nein. Oh, geil. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, musst du, wenn du die bei Jenny angenommen hast, die... Ich bin voll. Also, müsstest du die denn Jenny geben? Was denkst du? Oder kannst du denn auch zu Joel? Keine Ahnung. Was hast du denn hier? Ja, den ganzen Bruchssand hier. Bruchssand, ach so. Aber ich bin voll gewesen. Das andere sind Klamotten. Hier komme ich her, ne? Ja, nein. Ja. Er sieht hier erstmal die ganzen Taschen nicht. Hey, ich guck gerade nach was anderem. Nach was anderem. Nach was anderem. Ich heiße Patrick. Ich heiße Patrick. Ich bin dumm. Ja. Ich bin dumm. Ja. Aha. Habe ich mir doch gedacht, dass man hier irgendwie hochkommt, Jasmin. Hast du dir das auch gedacht, ja? Geil. Geil. Oh, Messing. Hey. Wieso hat denn so ein Kack-Lautsprecher 2500 HP? Oh, ich habe gerade Messing abgebildet. Oh, ich habe gerade Messing abgebildet. Klar, dass er die Kiste schon gefunden hat, wa? Klar. Erst beschwerst du dich, ich lasse alles liegen und dann... Oh, aber die guten Kisten sind meine. Okay. Mann, 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 Patrick, du musst noch viel lernen, doch. Ja, wir fangen gleich ins Krankenhaus. Ganz oben sind die guten Kisten. Das sind deine, der Rest gehört mir. Ins Krankenhaus? Was? Ich bin mir nicht sicher, ob dieser... Für die paar elektrischen Komponenten, ob das den Aufwand wert ist. Also, den da oben mache ich aber nicht. Hm. Nimm mal die schnelle Variante, ne? Für das bisschen trinke ich keinen Kaffee. So, aber die lohnen sich, ne? War das nicht... Wie lange haben wir eigentlich schon? Äh, ja, wir bauen das hier noch schnell ab. Keine Antwort auf keine Frage gewesen. Wir sind gerade mal bei 43 Minuten. Ich habe mal ein Solarmodul abgebaut. Erneuerbare Energie! Was? Hier ist ein Rucksack und der ist unberührt. Oh, da wird Jasmin aber neidisch sein. Heiße. Hast du noch ein Reparatur-Kit? Kommt drauf an. Kannst du bitte sagen? Bitte. Hier. Wo bist du? Da. Und ich habe noch was für dich. Aha, warte mal. Oh, warte mal. Ausgerechnet das, was du aussortiert hast. Äh. Ja, aber ich kann die jetzt wieder nehmen. Ich mache mal meine Taschen leer hier, ne? Gehört zum Missions... Ne, gehört nicht dazu. Ja, ich komme auch mal in meine Taschen leeren. Äh. Die kann ich eigentlich nochmal nehmen. Und... Machen wir das so? Irgendwo haut hier noch was. Wunderbar. Hihaha, Hackepeter. Hihaha, Hackepeter. Hihaha, Hackepeter. Holt sich Kohle vom Baum. Hihaha, Hackepeter. So ein kleiner Stöpke. Hihaha. Hast du kurz auf mich auf? Ja. Oh, du mit deinen blöden Gesingen, ey. Hihaha, Hackepeter. 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 Hihaha, Hackepeter. Hihaha, Hackepeter. Hihaha, Hackepeter. So schlecht durchzukommen, wenn du sinkst, ey. Geht doch. Das Auto ist ja jetzt auch gleich voll, ne? Ja, da ist nur Platz, Jasmin. Nee. Das, 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 Müll und das. Ja, so ein bisschen was ist im Auto drinnen, ne? Aber wir haben ja noch die Taschen frei. So, ich wollte jetzt nur noch einmal gucken, was... Ach so, ich dachte, du wärst schon im Auto. Jasmin, ich warte nicht. So, dann fahren wir jetzt gleich los in der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, was gut. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Ja.